Isn't it gorgeous? Ich möchte sparen, also werde ich die Küchenschränke behalten. Sie sind von guter Qualität. Die Verarbeitung ist gut, die Farbe weniger. Neue Fliesen sind wichtig. Da eine Speisekammer und hier eine Insel. Das wird eng. Für die Speisekammer brauchen wir nur eine Tür. Bei der Kücheninsel denke ich an was Kleines, Leichtes. Die Aufteilung ist gut. In die Küche kommen zweifarbige Fronten. Oben hell und unten dunkel. Ein neuer Fliesenspiegel und Quarz-Arbeitsplatten. Außerdem werden wir eine Speisekammer für mehr Stauraum einbauen, die Böden austauschen und eine kleine Insel in der Mitte platzieren. Hier haben wir diese bezaubernde Frühstücksecke. So etwas wie ein Bonusraum. Und das sind noch die historischen Einbauschränke. Welch ein Chaos. Ich weiß, es ist. Ich möchte das Sideboard streichen, neue Beschläge und eine neue Arbeitsplatte anbringen. Ich mag dieses alte Glas, aber für eine Kaffeebar wäre ein offenes Regal und dahinter raumhohe Fliesen praktischer. Wir bauen das Fenster aus und fliesen die Wand. Dann streichen wir die Schränke passend zur Küche und hängen einen tollen Leuchter auf. Hübsch, so sonnig und hell. Perfekt am Morgen. Gehen wir hoch. Du wärst fast gefallen. Sieh, wie hoch das ist. Vielleicht liegt ja Parkett unter den Fliesen. Ja? Wag es nicht. Du weißt nicht, ob drunter Asbest ist. Wir lassen das erst testen. Du gönnst mir keinen Spaß. Gehen wir hoch. Die ganzen Holzarbeiten. So schön. Der Treppenabsatz ist fantastisch. Ein Riesenhaus. Es gibt fünf Schlafzimmer und hier ist eins der Bäder. Es gehört zum Kinderzimmer. Wir machen es robust und pflegeleicht. Ins Bad der Kinder kommen eine Duschwanne und ein neuer Waschtisch. Die Wände fließen wir in warmen Farben. So wird's funktional und schön. Aus dem kleinsten Zimmer mache ich eine Waschküche. Mir gefallen die Türen mit den Oberlichtern. Hier plane ich die Waschküche. Auf der anderen Seite ist ja das Bad, sodass die notwendigen Wasseranschlüsse nicht neu gelegt werden müssen. Waschmaschine und Trockner stellen wir hierher. Eine besondere Tapete, dazu ein paar Schränke, fertig. Natürliches Licht hat sie auch. Das ist perfekt für dich. Ideal. Ich will keine 0815 Waschküche. Wir investieren in eine bunte Tapete, ein maßgefertigter Sideboard, praktische Arbeitsflächen und eine stimmige Beleuchtung. Das wird klasse. Wir planen die Renovierung mit einem Budget von 70.000 Dollar. 30.000 brauchen wir für die erste Bauphase. Die erste Bauphase bestand vorwiegend aus kosmetischen Reparaturen. Wir haben viele historische Details bewahrt, wie die alten Fenster und die Holztäfelungen, aber auch moderne Akzente gesetzt. Die Küchenfronten sind zweifarbig lackiert. In der Frühstücksecke sind die Fliesen deckenhoch verlegt, um einen eindrucksvolleren Look zu erzielen. Im Obergeschoss haben wir eine große neue Waschküche eingerichtet. In den unteren Etagen bedurfte es nur kosmetischer Korrekturen. Deshalb floss ein Großteil des Budgets in den 110 Quadratmeter großen Dachboden. Aus dem nutzlosen Speicher haben wir eine Master Suite eingerichtet, die ihresgleichen sucht. Ich freue mich immer auf den Tag der offenen Tür. Die zweite Phase der Renovierung ist abgeschlossen, also kann ich das komplette Haus präsentieren. Zu dieser Tour kommen echte Stars. Meine Familie. Hier verbringst du deine Zeit. Ich muss euch das Dachgeschoss zeigen. Das ist ja unglaublich. Die Suite hat ein offenes Raumkonzept und ist einzigartig in meiner bisherigen Arbeit. Das Bad ist wirklich was Besonderes geworden. Die Fliesen. Das ist einfach schön. Wir haben die Wände der Gaube inklusive der Decke gefließt. Davor haben wir die Wanne gestellt. Ihr Weiß und die geschwungene Form vor den blauen Fliesen ist ein toller Blickfang. Aber auch die riesige Doppeldusche kann sich sehen lassen. Tolles Waschbecken. Das ist so nett. Mit dem Doppelwaschtisch wollte ich einen Wow-Effekt schaffen. Dafür habe ich mich für Glaswaschbecken, schwarze Armaturen und bis zur Decke reichende Natursteinfliesen entschieden. Die beleuchteten Spiegel verstärken den Effekt. Für noch mehr Licht haben wir vier Pendelleuchten darüber gehängt. Ein Hingucker, der den Unterschied macht. Riesiges Ankleidezimmer. Oh wow, das ist schön. So viel Platz. Der begehbare Kleiderschrank ist riesig. Wir haben so viel Platz in dieser Etage. Ich wollte sicherstellen, dass es niemand an Stauraum fehlt. Tolle Leserecke. Es gibt mehrere Gauben, aber diese war für die Sitzecke perfekt. Wir haben auch hier maßgefertigte Fenster eingebaut und einen gemütlichen Rückzugsort zum Lesen oder Kaffeetrinken geschaffen. Die Tour hat mein Dad aufgearbeitet und ich finde, sie ist wirklich toll geworden. Die Suite hat alles, was man sich wünscht. Man könnte eine Kuschel-Ecke machen. Okay, are you ready? Wow, right? Wo ist die Tür? Frag Mama. Du wirst eine gute Designerin. What do you think? Und schließlich der Schlafbereich. Ein Refugium. Das Besondere ist die Backsteinmauer. Die haben wir unverputzt gelassen. So ist es historisch stimmiger. Tolle Fenster. Die Fenster sind der optische Mittelpunkt der Etage. Wie schön. Mit den Scheiben aus der Frühstücksecke konnten wir ein weiteres altes Element aus dem Haus erhalten. Die 110 Quadratmeter Wohnfläche bringen einen großen Mehrwert. Dieses 100-jährige Haus ist sicher nicht für jeden geeignet. Es ist einfach riesig. Ich kann mir vorstellen, dass hier eine große Familie einziehen wird. Es wird sich schnell verkaufen. So, real quick. So, real quick. Bis zum nächsten Mal.